Ja Leute, hier gibt es noch zwei Aufzüge. Eine Ecke des Diesmalbildes ist diese Ecke. Hier ist der zweite Aufzug. Die und hier eine. Und auch eine rote Kistelschlüssel. Die Koblenzer Straße 18. Hat sogar 11 Stuttwerken hier. 2022. Ganz neuer. Ganz neuer Aufzug. Dieser Aufzug ist echt gut. Ich bin jetzt auch. Hier war früher ein Ickes-Aufzug. Kann man fragen, von welchem Modell es war. Also da steht es, ein bisschen Modell wurde gebaut. Ja, Ickes. Schaut kurz mal nach, wie der Bank gebaut wurde. Ich möchte euch jetzt sagen. Der wurde 2001 erst musiziert. Und zum zweiten Mal wurde der musiziert durch Nordenaufsbrück von 2022. 22. Schon ab. Nur dieser Aufzug ist ein bisschen kleiner. Ist auch gut. Ich weiß nicht, dass ich bald komme. Jetzt habe ich jemand mit einem Schwingtüber. Von Ickes-Aufzug. Die sind ausgestellten. Wir müssen ein paar filmen oder so was. Bei einem Kissen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Vielen Dank für das Zuschauen und bis nächstes Video, ciao Leute, bleibt gesund, hier sehr gut, ganz schön.